Ich muss jetzt voll abzählen. Wie sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, okay. Ich stehe auch voll auf Symmetrie. Bisschen reinbauen hier. Ja. So. Ich habe meistens gar nicht die Geduld für Symmetrie. Echt nicht? Ja, manchmal schon, wie bei meinem großen Haus, aber manchmal auch absolut gar nicht. Du hast einfach so rein. Einfach, pöck. Das passt. Das passt zwar nicht annähernd. Aber egal. So. Dann können wir ja hier, was weiß ich, noch nachher irgendwas dranbauen nach außen mit Glasboden und so. Richtig. Wenn wir die Zeit überhaupt uns nehmen. Ja. Mal gucken. Aber rechts wird meine Seite sein. Hier ist mein Zimmer. So. 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 Lieber mit einem Stück Kohle. So. Jetzt ist das sechs breit. Eigentlich müssten es ja dann sieben sein, damit wir eine Wand reinziehen können. Sieben? Okay. Ja. Machst du auf deiner Seite? Ja, doch. Du kannst hier noch, oder? Ähm. Ähm. Ich mache jetzt. Ich habe gerade bei dir gemacht. Ja. Das muss weg. So. Dann sind es jetzt. So. Jetzt. Auf der anderen Seite. So. Eine Schaufel hätten wir machen müssen. Ach, du hast eine gehabt? Ich habe eine, ja. Ich hasse dich. Auch Stein und so. Ich baue alles mit meinem Bett ab. Das ist ja. So. So. Und. Ich finde es geil. Ich finde es echt geil hier. Und dann machen wir hier mal so als kreativen Touch. Mache ich erst mal Holz. Ah, nein. Verdammt. Ups. Wir müssen ja noch einen tiefer, um den Holzboden zu legen. Oder wie, wie steht? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, das sieht aber gut aus. Wir können ja unsere Räume nachher noch erweitern. Richtig, ja. Ui. Warte, dann machen wir. Aber jetzt habe ich natürlich keine Dings mehr. Dann machen wir hier eine Tür rein. Man sieht, du hast Ahnung. Man sieht, du hast Ahnung. Wow. Oh. Unglaublich. Verdammt. Wer hat noch die Tür mitnehmen sollen? Ja, das fällt mir gerade auch so ein. Aber eine Tür ist schnell gemacht. Ich packe hier, warte mal. Ich mache das mal ganz professionell. Mhm. Dann brauchen wir nämlich nur eine Werkbank. Oh. Cool. Oh. Weil wir sind ja arme Gamer und geben unser Geld statt für Pflegeprodukte und so natürlich für Dings aus, ne? Werkbanken? Ja, Werkbanken. Punkten. So. Okay. Das bauen wir hier noch. Weißt du auch Holz, ne? Ich habe, oh ja, die ich Holz habe. So, wir werden nämlich hier vielleicht zubauen jetzt, wo es Nacht wird. Ach, genau. So. Schöner können wir später machen. Äh, Fackeln habe ich noch. Habe ich noch Fackeln? Ich habe Kohle. Ne, ich habe auch noch Fackeln da. Und ich würde bei der Vodou gerne nach Feng Shui einrichten. So. Was? Was? Ich habe jetzt eine Fackel an eine Steinwand platziert, glaube ich. Oder ich habe jetzt doof geguckt und der Stein ist zu Dings geworden. Zu was? Zu Erde? Ja, das ist bei mir auch passiert, als ich das Bett hier drauf getan habe. What the fuck? Oh, Mann. Oh, ich bin im Deinzimmer. So. So, ich wollte noch eine Tür machen. Stimmt, ja. La, 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 la. Wer braucht schon ein Fenster? Ha, 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 ha. So. Hätte ich dir fast mit der Schaufel eins übergebraten. Und nie vergessen, Türen immer von außen anbringen, weil sonst hast du Zombies und das ganze Gekreuz im Zimmer. Ach, ach, so. Daran lacht das immer. Dammit. Aber ich baue mein Zimmer noch ein bisschen aus hier. Und wenn man so Halbtüren macht, dann kommen die auch noch rein, oder wie? Was sind Halbtüren? Ja, so, nur unten. Weißt du Bescheid. Nur unten. Pass auf, ich zeige dir meine. Ach, so Zauntüren oder was? Ach, nee, Moment. Ach, nee, das ist eine Falltür. Okay, vergess es. Vergess es. Eine vertikale Falltür. Ja, die bauche ich genau hier ein. Damit du da reinfällst, wenn du mich irgendwie ausspielen willst. So, du bleibst auf deiner Seite. Oh Gott, Creeper. Nein. Ja. Gut, dann. Hey. Hey. Wer braucht schon Fenster? Nee, das braucht keiner. Da wird man braun und gesund. Das ist ja grausam. Ja. Auf Horrorgeschichten zu erzählen in der Nacht. Sorry. Nachher erzählst du doch irgendwas von gesundem Essen und so. Ja, von Salat. Sag das Wort nicht. Hier, die Fackel hat wieder Stein zu Erde gemacht. Da, schon wieder. Was zur Hölle? Komm mal. Die macht die ganze Zeit Erde. Da. Bei mir ist... Erde, Erde. Okay, das scheint ein Server-Bug zu sein. Bei mir ist es nämlich immer noch Stein. Ach so. Ah, super. Bei mir ist es aber... What? Was hast du gemacht? Ist das bei dir Erde geworden? Ähm, was denn? Ein umgedrehtes L? Ja. Das war gerade noch Stein. Wow. Ich lege mal die Pilze ab, okay? Ja, alles klar. Die Zuhause denken sich gerade, was zur Hölle? Das ist alles Stein. Was haben die? Oh Mann. Keiner macht den Drogen. So. Zack. Zuidup. Zabadab. Gut, das wird dann vielleicht etwas dauern, bis wir uns... Vielleicht strömt ja auch, man sagt ja immer so, in Minenschächten und in Bergen strömen ja auch irgendwelche Gase aus. Ja, genau. Und das kann ja dann gut sein, dass... Und ja, man weiß es nicht. Oder es liegt an deinen Käsefüßen. Ich habe haluzinogene Füße. Ja. Wow. Ich habe Kohle in meiner Wohnung gefunden. Was zur Hölle? Ich habe Erde gefunden. Ich habe Tränke in meinem Zimmer gefunden. Äh, da ist mir wieder kurz die Framerate eingebrochen, aber geht. Ich brauche Kohle. Und dann gehen wir später die Hülle da erforschen? Jo. Wenn wir nicht gerade eine im Zimmer haben. Ja, stimmt. So, so, so. Das ist eine Menge Kohle. Und eine Menge Kohle ist ja immer gut. Ja. Das signalisiert, dass hier irgendwo eine Hülle ist. Oder? Nicht unbedingt, glaube ich. Ich neuchiere. Ich nicht weiß. Ich nicht weiß. Ja. Nicht nur bauen. Nur bauen. Nur für Freund. Kein Geld. Kein Geld. Kein Geld, ja. Nicht schwarz. Nicht schwarz. Oh mein Gott. Was? Ich habe da gerade Kohle abgebaut und die lag da noch oben. Dann habe ich hier die Steine abgebaut und das ist aus wie eine Spinne. Ziemlich kleine Spinne allerdings. Ja. Selbst Minecraft ist für mich ein Horrorspiel. So. So. Ich habe doch einen Ofen mitgenommen. Na ja, habe ich. Den packe ich mal hier hin, wo hier jetzt eh gerade ein Loch ist, weil da auf einmal Erde war. Und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 breite. Und jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hast du ein Lineal zufällig? Ja, gerade nicht. Was zur Hölle? Du hast hier einen Ofen schon drin. Ja, ich mache Cleanstone, damit ich hier meine komischen, meinen Steinwirt zu Erde-Löcher ausbauen kann. Ach so. Ich mache alles aus Holz. Das habe ich denn hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oder? Eins, zwei, drei, vier. Böken wir für den Weg. Sieben, acht, neun. Also einen noch. Okay, so. Obwohl, ne, neun ist doch eigentlich richtig, wenn ich dann was in die Mitte packen werde, oder? Ja, doch, klar. Keine Ahnung. Neun steht ein, zwei, drei, vier und hier bei fünf in der Mitte. Ich habe den Ofen um einen daneben gesetzt. Aber ich mache hier jetzt eine Menge Cleanstone. Also von daher passt das. Ja, das ist alles sowas von wunderschön. So, und jetzt diese Wand noch raus. Oh, hier ist noch nichts. Du musst gleich die Höhle erkundigen, ne? Joa. Wenn wir bereit sind. So. Und das hört ja gar nicht auf mit der Kohle. So eine geldgeile Höhle. Verdammt. Ach ne, da ist gar nichts mehr. Sub, sub. Und? Die Höhle ist bestimmt YouTube-Partner. Wahrscheinlich. Komm, wir den Witz mussten wir bringen. So, hier hat Tobi mal fragen, ob wir die auf TGL aufnehmen können. Die Höhle ist. Mhm. Sub, sub. Oh. Oh Gott, da draußen ist, glaube ich, ein Schaf. Muss ich hier rein. Cleanstone? Ich brauche Cleanstone. Dankeschön. Ah, so. So. Blödes Schaf. Hast du das Eisen eigentlich, ja, ne? Äh, ja. Okay. Was brauchst du? Ach, nichts. Was brauchst du? Sag mir, ich mach dir Schmutz-Angebot. Äh, dann mach's mir, ähm... Sagen wir mal so Pipapo, äh... Was brauch ich denn? Gar nichts. Ich brauch gar nichts. Gib mir Klunker. So eine fette Kette. Gib ich Klunker? Nö. So, so, so. Cleanstone schon alle. Neue Cleanstone. Vier Stück, wow. Du machst alles aus Cleanstone. Also, ich mach alles aus, äh, äh, Holz, ne? Ja, ich hab jetzt so eine Wand Holz und eine... Ich wollt mal was anderes machen. Ich mach immer die gleiche Kacke. Ach so. Ich mach immer alles aus Holz, deswegen. Ja, stimmt. Okay, ich mach einen Rechtsklick. Ich hab einen Rechtsklick auf, äh, einen Block gemacht und der wurde zu Erde. Auch schön. Hey, Mann, du bist ne Fee. Die Flügel willst du gar nicht sehen, die gebraucht werden, um mich zu tragen. So. Au. Ich brauche... Ah, fuck it. Schau. Äh. Ich brauche... ... Vielen Dank.